Musik 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 Das war's für heute. 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 Sommer im Sommer im Heidepark. Das war's für heute. 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 Ja, hallo, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Ich hole mir sicher noch das ein oder andere aus dem Grake Shop. Was ist das? So Leute, es war ein sehr erlebnisreicher und geiler erster Tag im Heidepark und jetzt geht's ins Holiday Camp und da schauen wir mal unsere Übernachtungsquartiersmöglichkeit an. Eine bunte Holzhütte im Karab. Ein bisschen Stil. Karibischen Stil natürlich. Bis gleich. Da geht's vom Camp in den Park und jetzt drehen wir uns mal. Hier ist der Parkeingang und da ist es. Das Heidepark Holiday Camp und da wohnen wir jetzt diese Woche. Ja und da vorne geht's rein. Und da ist die Habe. Da geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt im Campresort nach dem Abendessen und das da hinten ist unsere kleine feine Hütte. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja.